Die Tagesschau schaut wie gewonnen, so geschmolzen. Sonne, rollen jetzt weitere Köpfe. Und damit aus dem Schneider. Aus dem Schneider noch nicht. Umgehend Aufklärung. So viel von uns für den Moment. Jetzt Meteo und nach dem Wort zum Sonntag bläst André Rieu zum Samstagabend. Wir sind danach zurück, um 22.30 Uhr. Bis später. Meteo wird Ihnen präsentiert von RISE. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von RISE. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wollen Sie auch immer genau wissen, welche Nachrichten zuverlässig sind und welche eher Fake News? Auch wer nicht an Sie glaubt, sollte sich einmal überlegen, wo stünde der Mensch, wenn er die Welt ohne jegliche Fantasie betrachten würde und nur an das glauben würde, was er vor sich sieht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. PELAN PELAN